Heute geht's denn endlich mal los zum Zusammenbau wie versprochen und zwar für die Corsair H150i Elite Carpellix. Ich hoffe ich spreche das mal richtig aus. Ich würde euch gerne mitnehmen zum Einbau in mein Corsair Gehäuse, das 678C oder C678. Ich habe es immer nicht so ganz mit den Bezeichnungen und war nicht ganz einfach, aber es geht rein, sie ist in die Front gelandet, ist bei diesem Gehäuse nicht anders möglich, bevor es wieder gleich irgendwelche Quatschereien gibt und die Scheuche gehen auch nach oben weg. Passt nicht. Die Schlauchlänge bei der beträgt ja 40 cm, also 400 mm, nicht gerade besonders kurz und auch nicht besonders lang und so ist sie dort gelandet, weil dort oben auch noch einzig rum verbaut ist. Das hätte oben nicht reingepasst. Sind auch immer nur 2-3 Grad Unterschiede, was ich weiß aus meiner Erfahrung und auch von Kollegen. Wir werden das Ding einbauen. Das werde ich euch ausgiebig diesmal zeigen. Das Video wird etwas länger. Wir werden einen Test machen und zwar mit Heavy Load. Das nutze ich immer ganz gerne. Damit hat man die vorne CPU-Auslastung. Dann gehört auch dazu CPU-Z, Benchmark drüber ja hin und verschiedene und natürlich ein bisschen Prime 95, damit alle schön abgedeckt sind und sich keiner beschwert, warum hast du nicht Prime 95 genommen. Das kann man natürlich immer nur kurzzeitig laufen lassen. Aber soviel darf ich schon mal verraten von meiner Unterlast 85 Grad mit dem Articuler beim 3900X. Das dürfen wir hier nicht vergessen. Der wird immer etwas heißer. Deswegen musste da auch was heißes her. Aber die Temperaturen haben sich gesenkt. Werden wir dann auch sehen. Wir bewegen uns zwischen 40 Grad und wenn er kalt ist, unter Prime auf 70 Grad schon mal vorab. Je nach Testsoftware kommt da immer so ein bisschen was anderes raus. Die Wassertemperatur wird aber nur in der Software, da wird nur die Wassertemperatur angezeigt. Deswegen also nicht verwundern. Da stehen dann 38 Grad und ein paar andere Grad hin. Anschließend nehmen wir das Ding noch, ob wir natürlich zum Schluss des Guten machen. Eine kleine RGB-Show gehört dazu. Ich denke mal, das wird das längste Video sein, was ich jemals gemacht habe. Aber ich möchte euch trotzdem lustig dazu einladen und ich hoffe, ihr habt Bock und ihr haltet auch durch so lange. Weil es ist wichtig, auch mal zu sehen, wie verbaut man unter schwierigen Umständen, das war sehr schwierig hier, so eine Wasserkühlung ein, weil obendrein, es ist noch Push & Pull. Das heißt, die mitgelieferten RGB-Hüfter sind vorne drin und hinten sind noch die Q120 weiß eingebaut. Mehr ist nicht mehr. Mehr geht da auch nicht mehr. Und zu diesem Video möchte ich euch herzlich einladen und ich hoffe, ihr habt lustig Bock und haltet so lange durch. Zwischendurch gibt es auch mal ein bisschen Werbung. Muss sein. Zur Ablenkung. Und ich will jetzt nicht weiter quatschen, es geht ab zum Capellix. 360, Wasserkühlung, Einbau. Check. Wo ihr hier drauf achten müsst, bei dem Gehäuse, das lässt sich hier nochmal um einen verschieben, wenn ihr den Push im Pool haben wollt. Also das ganze lösen, dann können wir das ganze rüberschieben. Vorbereitung ist das halbe Leben hier. Als erstes tauschen wir jetzt erstmal unsere Sichtplatte vorne. Geht ganz leicht, die könnt ihr mit der Hand rausdrehen. Fast hätte ich gesagt, es geht echt wirklich mega leicht. Ich finde das voll cool. Hätte ich so nicht erwartet. Hier ist auch nochmal mit Schutzfolie, die entfernen wir jetzt. Tauschen das gegen die weiße. Macht sich optisch natürlich viel schöner. Und nichts überdrehen. Immer schön langsam. Gucken wir mal, dass der... So, jetzt können wir es tauschen. Darüber will ich gar nicht untergucken, was da drunter ist. Interessiert uns nicht. Wir achten aufs Logo. Setzen uns das vorsichtig wieder rein. Und drehen handfest wieder an. Erstmal die erste. Machen wir es über Kreuz. Da hat Korsair echt mal nachgedacht. Also da hätte ich jetzt wirklich wieder ganz geplittet. Finde ich eine coole Sache. Es müssen jetzt natürlich keine weißen Schuhe sein. Es gibt auch etwas Kontrast ab. Man merkt, hier ist Widerstand. Widerstand ist zwecklos. Hat der doch bei Star Trek immer gesagt. Bei den Boxen. Widerstand ist zwecklos. In diesem Fall nicht. Hier ist kein Widerstand zwecklos. Ich weiß nicht wie hart. Was die Gewinne hier vertragen können. Deswegen gehen wir davon aus, dass es... Alu oder so. Was relativ leicht ist. Zu wem wird wohl Alu sein. Wegen der Wärmeableitung. So. Wir werden uns das Ganze natürlich jetzt vorbereiten. Weil wir machen Push-Pull. Das heißt, wir dürfen natürlich die Lüfter nicht verkleben. Der zieht dann hier so raus. Also wenn der hier rein, zieht der durch den Radiator durch. Um die Arbeit einem ein wenig zu erleichtern. Wenn wir die vormutieren. Weil drinnen nachher im Gehäuse ist nicht mehr. Da ist vielleicht... Also da wird es schon alleine bei denen schwierig. So. Und da wir jetzt keinen Scheiß machen. Ist immer sinnvoller sich hier so ein bisschen vorzubereiten. Schraube durch. Das müssen wir aber bei allen zwölf machen. Also viermal sind ja. Spucken. Setzen an. Schrauben unten rein. Und nehmen jetzt einen kleinen Schraubendreher. Und drehen vorsichtig an. Das machen wir jetzt mit allen. Und ich blende euch zwischendurch mal wieder aus. So. Wenn ihr jetzt alle dran habt. Können wir anfangen nachzuziehen. Und bitte über Kreuz. Das wir nicht so viel Spannung drin haben. Und auch. Immer dran denken. Kein Auto. So. Das ist Aluminium da drinne. Die Gewinde. Und die sind schnell hin. Deswegen nehme ich mir immer so einen kleineren. So. Reicht schon fast. Kann man die Hand fest anziehen. Das führen wir dann hier so weiter fort. Und auch beim Einsetzen immer darauf achten, dass die leicht rein gehen. Schrauben. Manchmal ist es ein bisschen. Wie gesagt. So. Wieder weiterführen. Ausführen bis unten auch. Und dann fangen wir von unten wieder an. Zack. 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 Ne. Ich mache es in diesem Teil hier. Gehe dann nachher auf die andere Seite rüber. Das kann man jetzt nicht sehen in der Kamera, weil das sehen wir längst gleich. So, ich komme jetzt wieder hoch. Die halten wir aber nicht an, weil die Gummigelager anziehen. Also nicht, gibt ja hier noch ein bisschen nach. So, jetzt fangen wir wieder weiter an, hier anzudrehen. Dort anzudrehen. Hier will ich nochmal nach. Die hatten wir glaube ich alle schon. Lieber zweimal kontrollieren. Alle nochmal zum Schluss nochmal durchgehen. Kleinen Dämpfer drauf geben. Und so haben wir unsere Lüfter sitzen. Hier ist eine Schutzfolie drauf. Muss mal gucken, irgendwo kann man die jetzt abziehen. Die habe ich beim ersten Einbau mit Absicht nicht abgemacht, weil zur Schonung. Glauben, dass ich sie jetzt noch drauf ziehe. Die ziehen halt zum Schluss ab. Somit haben wir unsere ersten Vorbereitungen getroffen. Und jetzt kann es zum Einbau gehen. Da zeige ich euch noch beim Einbau ins Gehäuse noch einen kleinen Trick, weil man hat hier unter echt Probleme nachher hier die Schrauben, ich zeige das mal, hier dann auch zu treffen und da gibt es einen kleinen Trick bei. Weil unten kommt da dann das Dreienlüfter, ja wie soll ich das sagen. Unten kommt man erstmal den Arschlecht ran. die festzuschrauben. Vom Außen, ja. Hier würde man nicht dran kommen, weil es ja die Innenseite ist. Da würde man rankommen, aber es wäre ein riesen gewackelt. Man müsste drei Lüfter übereinander stapeln. Und das ist echt absolut mega schwer. Also da ist auch nicht viel Platz drin. Deswegen gibt es da einen kleinen Trick und wir machen eine kleine Vormontage. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder am Gehäuse selbst. Ach, vergaß. Macht euch ein bisschen Kopf hier um die Kabellage. Wo sind eure Schächte, wo man die durchziehen kann. Das sollte man vorher tun und nicht hinterher ins böse Erwachen kommen. Ich habe mir das früher schon angeschaut und habe mir jetzt einmal rechts oben Mitte. Damit die Kabel nachher hinterher auch noch passen. So, hier kommen wir zu unserem kleinen Trick. Wir haben leicht ein paar Schrauben reingelegt. Es kann nichts passieren. Wir haben ja noch Bewegungsfreiheit, dass wir nachher auch die Schrauben reinbekommen. Und bei den Kabeln wieder darauf achten. Wir suchen uns dementsprechend die Schächte und gehen die jetzt gleich durch. Oder gehen die Kabel gleich durch. Dann haben wir es nachher leichter und müssen nicht irgendwie einen Glitzender machen. Ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen meine Erfahrungswerte im Laufe der Jahre wieder zu geben, wie ich das handhabe. Gut, ich habe jetzt wirklich ein bisschen länger gebraucht, weil ich ein paar andere Sachen gemacht habe, die ich mir bis dahin oft bis dato aufgeschoben habe. So, ziehen wir das gleich hier durch. Ist immer doof mit Kamera. Immer hat man immer wenig Platz. Wieder darauf achten. Der sitzt zum Beispiel richtig und der soll natürlich dann dementsprechend auch so sitzen. Die sollen reinpusten. Da ist immer drauf zu achten. Sonst habt ihr hier schlechte Karten. So verfolgen wir das nach oben dann weiter. So, wir haben uns die Schrauben hier jetzt eingesetzt als Führung für die beiden, für die jeweiligen Lüfter. Ich will mal messen, das soll man nicht dazu nehmen. Ich zeige euch das mal hier so anhand des Schraubendreher. Schraubendreher ist normal nicht ganz fest befestigt. Jetzt haben wir eine schöne Führung hier drinne. Können das Ganze ordentlich bewegen und können dann den Radiator einfach, mein Finger geht jetzt hier hinter, da, von der Seite einsetzen und haben es jetzt ein bisschen leichter. Kleiner Trick, weil die da aufzustapeln und dann nicht befestigt zu haben, ist absolut Mist. Hat man ganz, ganz, ganz viel Arbeit von und naja, das erleichtert das Ganze. Als nächstes setzen wir erstmal den Montagesatz für den Arm 4 auf, die Pumpe, sonst wird das ja nichts. Wir sind noch auf Intel gerüstet. Achtet bei der Kabelführung natürlich vorher drauf, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dass die Kabelführung in den dementsprechenden Schächten auch rausguckt. Vorher Gedanken machen, nicht hinterher. Dahinter ist zu spät. Kann man alles wieder ausbauen. Gut, jetzt setzen wir erstmal den, bauen wir den Radiator um. Ihr müsst die alten entfernen, die zieht man hier einfach raus und aufpassen, sie sollen so rum, nicht andersrum setzen. Vorsichtig in die Führung rein, schon drin. Wir drehen um und die Finger weg, wie gesagt, von der, ja, der will nicht so ganz, das ist jetzt wieder der klassische Profi-Effekt. So. Und dann habt ihr auch das Logo dementsprechend nach unten. Na? Die Haltung sitzt ja nicht hier. Schutz könnt ihr jetzt nicht mehr drauf machen. Jetzt müsst ihr euch zum Einsetzen wirklich eine zweite Person suchen. Wir gucken nochmal genau, ob die Dinger richtig drinnen sitzen. Sonst sitzt da hier nämlich gleich auf der, ne, Games-Track? Fingerabdruck drauf. Kommt nicht gut. Ist mir auch schon passiert, ist aber echt übel. So, die Haltung nehmen wir zur Seite. Und jetzt ist mein Games-Track für mich da. Ja, wie man sieht, mussten wir das CD-ROM ausbauen. Es blieb uns nichts anderes übrig, sonst kommen wir nämlich hier oben nicht dran vorbei. Und, äh, passt das mit den Höhen nicht. Jetzt müssten wir eigentlich durchkommen. So, jetzt kriegen wir das Ding natürlich auch reingesetzt, vorsichtig. Und wir schrauben jetzt erstmal einmal gegen und, äh, damit, äh, meinem Sohn endlich mal den Radiator wieder loswerden. Ja. Okay. So, demonstrativ hat uns das Ganze jetzt hier wesentlich weitergeholfen, Games-Track, ne. Wir hatten nämlich die Führung drin, ne. Das, äh, und jetzt können wir anfangen, alle restlichen Schrauben hier rauszudrehen. Mit Scheibe ansetzen. Haben sie jetzt wirklich extrem leicht. Wenn man einen gerade trifft, wenn Dark gerade trifft. Und wie man sieht, leicht ins Gewinde eingedreht, zack. Next one. Also im Discord dahinten, in Hintergrund, äh, entschuldigen, Leute. Hier ist ja schließlich auch noch eine Wohnung und nicht nur Studio zum Verfilmen. Junior ist gerade im Discord. Also mein Bruder. Ja. Und chattet mit seinen Kumpels. Und in der Zeit des Lockdowns werde ich ihm bestimmt nicht jetzt verbieten, das zu tun. So. Und kommt nicht auf die Idee, irgendwas zu vergessen, ne. Also alles, alle müssen raus. Wir sind, glaube ich, hier sind sogar noch ein, zwei waren zur Reserve. So. Wieder ein bisschen einführen. Ich hätte jetzt noch einen Anspruch dazu gelassen, aber auch Jugendliche schauen sich das an. Immer darauf achten, dass das leicht reingeht. Ich werde jetzt alle wieder anziehen und überprüfen oben nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und was fehlt? Nummer zwölf. Und hier ist diesmal keine über. Man hat nicht, war nicht so großzügig und hat noch eine Reserve. Aber wenn ihr die verbratet, habt ihr echt schlechte Karten. So. Jetzt machen wir die letzte dreien. Und dann können wir uns dann auch schon mal an den Radiator machen zum Aufsetzen. Und dann geht die Verkabelung los. Aber hier wird es gerade irgendwie doof. Treffe ich nicht? Doch, jetzt habe ich ihn. So. Wir haben alles drin. Wenn sich jetzt einer wundert, warum dieser Pinockel, da ist ein Kabel dran, ne. Ich mache das jetzt nochmal richtig fest. Den ziehe ich mir gleich. Da ist ein Kabel hinter befestigt. Dann wird das gleich mit unserer neuen Knipex am Start auch noch abgeschnitten, damit es nicht wieder anders ist. Ich würde hier frischen nochmal so zur Info. Setzt, wackelt, hat Luft. Hat nicht Luft, in dem Fall. Ja. Wir sind hier am Anschlagangang. Wir fangen jetzt wieder an, Kreuz zu drehen. Also, das heißt, wir beginnen hier oben, gehen hier rüber, gehen zum nächsten, gehen gehen zum unteren, ziehen alle und nachher füllen wir alle noch nach. So. Nehmen den mit. Nehmen den auch gleich mit. Nehmen den 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 mit. Leider die lehren. Nehmen den mit. Wichtig Leider. es eigentlich, dass diese Flucht als erstes fallungsfrei eingebaut ist. Vielleicht bin ich ein bisschen zu genau dazu. Ich mache den Rest jetzt. Gucke erst mal die Haupt nochmal nach und ziehe jetzt erstmal alle an. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Radiator haben wir drin. Wo gehen wir da hin? Zur Pumpe, ne? Wir pumpen uns ein. Wir brauchen jetzt, die sehen aus wie eine Schüssel, ne? Und jetzt wird es ein bisschen übel. Das solltet ihr wirklich zur Seite sein. Ihr müsst auch noch diese Kontermutter benötigen. Also ich packe das mir mal lieber zur Seite, bevor das hier noch einen Abschluss macht. Und dann wird es jetzt unlustig. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine einhängen. Was ich gemacht habe, bei meiner eine eingehängt, dann so rein. Ja, genau das machen wir jetzt auch. Wir hängen jetzt erstmal einmal ein. Also das heißt, geh mal her, du hältst jetzt deinen Finger dahinter. Lass los, einfach loslassen. Du hältst den Finger dahinter so ein bisschen und so, dass ich das sehen kann. Und dann setze ich erstmal leicht eine Mutter auf. So, du kannst jetzt mit der anderen Hand die Mutter aufsetzen. Ja, komm. Ich halte es fest. Ist drauf. Nichts wird es fest, so. Unten Nummer zwei ansetzen. Jetzt mach das mal so. Dann gib mir mal diesen komischen Schlüsselteil. Ich dein Ernst. Ihr könnt das natürlich auch vorher machen. Das heißt, ihr könnt die Dinger auch vorher einsetzen. Es ist immer noch ein bisschen. Wir sind aber jetzt zu zweit und machen uns das einfach so ein bisschen leichter. Und halt mal den Finger da runter. So. Mit dem Finger so runter, wie ich gerade bin. Jetzt gehst du von der Seite. Einfach drückt euch jetzt die Mutter drauf. Hast du auch in der Hand. Also, kannst du auch einschrauben. So. Aufsetzen. Anschrauben. Ich bin nicht. Ja, jetzt bin ich drauf. Wir schrauben jetzt. Machen das jetzt zu zweit. Jetzt schrauben wir oben gegen. Du. Hast du fest? Ich leuchte nochmal rein. Sitze unten in der Führung, mein Sohn. Ich hab mal eine drauf. Ja. Und dann ziehe ich jetzt unten auch rein. Hand fest, ne? Ich mach das gleich mal. So. Lass mich mal. So. Wie man sieht, haben wir es jetzt prima reingesetzt. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Ich halte hier nochmal am besten den Schraubendreher zu. Ja, zu zweit ist das einfacher. Wesentlich einfacher. Man kann sich das auch vorher hier schon festmachen und hängt nur noch die Dinger nur noch ein. Geht auch, ne? Wäre vielleicht die einfachste Lösung gewesen. Also, ich hab's ja, bei mir hatte ich sie ja vorher reingemacht, also die war ja vorher drin. Bei mir musste ich den einen eigentlich nur umdrehen. Ja, kann man auch machen, dass man den schon mal, dann hat man eine Führung da drin. Ist jetzt wurscht, wir ziehen jetzt erst mal nach. Wie man sieht, wir können noch nachziehen, aber wirklich handfest heute der Nacht. Und die ist schon fest. Wir überprüfen alles, das ist alles richtig drin. Jetzt haben wir nur noch unsere Anschüsse, die können wir jetzt hier schön rüberlegen. Und passen gleich mal ein bisschen auf, dass wir hier, wenn wir das CD rum haben, machen wir hier noch was rum, dass es oben nicht in die Lüfte einschliegt. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Also Schläuche sind hier wirklich lang genug, ne? Wir kommen dann gleich zur Verkabelung. Zusammenbauen, Feierabend. Das ist, glaube ich, das längste Video, was ich je hier hatte. Okay. Jedenfalls von den Dreharbeiten. Ja Leute, muss man jetzt mal sagen, so ein Ding ist wirklich ein Haufen Arbeit. Also normalerweise rein. Eine Stunde fertig, wenn man nicht alles auseinanderreißen muss, wie in diesem Fall. Gut, dann sehen wir uns dann zur Verkabelung wieder. So. Also. Ich habe mir das so ein bisschen zurechtgefremelt jetzt hier. Ach, zurechtgelegt. Aber zurechtgelegt. Wir stecken jetzt den letzten Lüfter von unten rein. Von der Front. Die drei geschaltet. Dauert immer ein bisschen. Und mit der RGB kann man es so ähnlich machen. Aber das ist hier eben in der Welt. Wir haben jetzt sechs Anschlüsse. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Jetzt stecken wir die letzten hier rein. Und lassen einrasten. Alle sechs Lüfter verbunden. Jetzt müssen wir nur noch das Teil mit dem Kabel verbinden. Und das ist auch nochmal mit weiß Bekennzeichen. Da kann man auch nichts verkehrt reinstecken. Zwei weiße Punkte hier drauf. Passt übereinander. Beide Punkte übereinander. Und ich denke mal unten, das ist noch ein Temperanzug. Äh Anschluss. Den man Temperaturkabel zur Sensormessung. Dann haben wir jetzt nur noch den USB zu verkabeln. Und das ist dann der. Ich klebe in der Zeit mal an. Und mache ein bisschen Ordnung beim Kabelmanagement. So, wenn ihr alles richtig verkabelt habt. Na? Macht euch. Die Habs. RGB könnt ihr nicht verkehrt machen. Ja, hinter ist das 3M-Band, was dabei war. Könnt ihr die Lüfter alle nachschalten. So nach Luft und Laune. Ich hab sie einmal in einer Reihe vorne, einmal in einer anderen Reihe hinten. Wir haben sechs Anschlüsse. Der Sturm ist, also da ist drauf. Das ist so ein Temp-Anschluss. Da könnt ihr die Temperaturen in dem Gehäuse oder sonst was mit auslesen. in unseren RGB-Anschluss. Ist mal wieder reichlich voll geworden. So viel wollte ich eigentlich gar nicht, aber mir bleibt nichts übrig. Deswegen, also da geht echt jetzt vom Kabelmanagement auch nichts mehr rein. Da ist zappduster. Hier hat sich das ein bisschen erleichtert. Na? Man hätte die Lüfter auch hier mit an den PWM Hub ran schließen können. Aber da laufen schon die oberen drüber. Und jetzt lasse ich das über die Software steuern. Dies ist nur ein reines Einbau-Video. Quatschen wir gleich nochmal zum Schluss drüber. Wir gucken uns gleich nochmal die Front an. Hier sind noch ein paar andere Arbeiten gemacht worden, wie eine USB 3.0 Karte zusätzlich. Gerüstet ist immer besser als nachgerüstet. Da muss man nämlich nochmal auseinanderreißen. Und ich hatte noch eine. Siegabel ist nochmal reingekommen. Kurz zur Frontansicht. Jetzt sind sie halt in schwarz. Wer das schon verfolgt hat mit dem Star Wars Rechner. Der hat das dann schon gesehen. Alles wieder sauber. Gut gedämmt. Jetzt kommt wieder das Smash-Gitar davor. Und dann haben wir wieder Ruhe im Karton. Und dann die Seitentür rein. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Seite an. Wieder vor. Klappe zu. Star Wars perfekt. So jetzt nochmal zur Seite. So Kiste ist jetzt auch gleich gecleant. Schade, dass Corsair sich nicht gemeldet hat. Sonst hätte ich hier gerne noch das zugemacht. Vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt. Hier haben wir unser. Das können wir jetzt abziehen. Unsere weiße Platte drauf. Und die Festplatten sind. Die eine ist jetzt da gelandet. Und da ist unser Controller. Vielleicht mal später auch gegen Tausch gegen eine Festplatte. Weiß ich noch nicht. Normalerweise braucht man den Controller da an. Dichtig. So. Und Trooper? Er schießt gerade die SSD. War Gamescrack-SD. Ne? Meine Figuren sind auch wieder drin. Backplate ist wieder drauf. Das kann man zu machen. Und dann lassen wir mal Probe laufen. So hochgefahren ist er. Wir sind in der IQ-Software. Wir können uns hier verschiedene Lüftermodelle einstellen. Von leise bis laut. Die Pumpe immer auch volllaufen lassen. Äh. Sollte man tun. Ist sonst nicht gesund. Ist auch nicht laut. Rechts haben wir hier die 34,6 Grad. Ich gehe mal von aus, dass die Wassertemperatur. Wenn ich nicht. Muss man nicht von ausgehen, dass das die Temperatur der CPU ist. Also meine starke Vermutung. Wir starten Heavy Load. Ähm. Ist mit voller Auslastung. Erzeugen Textrateien. Alles so, dass das CPU richtig auf den Kopf kriegt. Ist so ähnlich wie Prime. Na, man sieht hier auch hier gehen Fenster auf. Da wird richtig Dampf draufgegeben. CPU ist noch am Start. Da machen wir dann einen Benchmark mit. Na. Geht ja auch unter Auslastung. Prime kommt auch noch. Ich hoffe ihr bleibt dran. Zum Schluss gibt es noch eine kleine RGB Show, was man so einstellen kann. So ein paar Grundeinstellungen und und und. Ich spiele euch derzeitig jetzt Musik ein. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es was gebracht hat oder nicht. Also ich hatte vorher 80 bis 85 Grad unter voller Auslastung bei dem Luftkühler. Für mich ist das ein eingelungenes System jetzt. Aber ist es für mich. Gut, dann viel Spaß beim Zuschauen. Und dann muss ich quê? DID du noch nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020